okay es geht weiter ja wir haben Brüß in der Hand Julio ich hab nie man habe ich auch nicht macht die sichere Taktik dann das ist ein Mausensweg ja ich bin ein bisschen mit ich weiß nicht wie du das auf Harz geschafft hast ich glaube das ist auch normal gemacht könnte sein es ist heiß die Brezel ja was ich hab grad so sicher die Tanji wäre da kam so leicht das gleich auch nicht doch leicht da der kann man sich ja nicht leicht ok hier so von meinen Schülern nicht bisschen bisschen und die weiter da muss so gut waren dann wird sie nehmen lassen ich weiß echt nicht wie du das aus hart geschafft hast ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht warum ging das jetzt nicht ok klappt es schon ich hatte schon längst gemacht wenn ich du steuern ich habe so ein gefühl dass irgendwas passiert wird wenn er machte kann er so eine behinderte attacke oder so ja eine starke aber die trifft aber das sei nicht leicht ausrechnen naja es könnte aber probleme gehen aber naja sehen wir mal das alte ball ist jetzt gerade so gut läuft deswegen wäre es nicht dass du demotiviert ist ich weiß nicht warum man ich bin nervös deswegen vielleicht kannst du noch gewinnen ok es ist eine sehr geringe chance dass du gewinnst ok kommt die jetzt ok ok da kann man echt leicht ausweichen wo die schlangen aber was kann ich einsetzen ok hast du ja so angreifen während er das macht nein geht nicht soll ich lieber safe set machen findest du nein hier nicht so nicht so auf gar keinen fall wieso ja denkst du wirklich mit einem ja das kann man mit safe set bessere stellen wo ich das immer besser jetzt kann man das echt gut machen mit 6 geht es echt gut die gefahr ist echt groß warte nein ok erst eine bretze ist eine bretze ja mach mal was du willst ja nimm es niemanden ok es weiter ich will nicht mehr er sagt kann man machen es ist nicht nur noch mal ja ich nehme es zurück und es ist gar nicht nimm es nicht in den Mund aber trotzdem soll ich weiter spielen ja wache ich bin jetzt zu gewüns sei ruhig guck guck ey soll ich lieber nie mit safe set machen hoch Junge weißt du was ich mach auf, ne mach was du willst mach was du willst mach 6 wenn du willst wirklich ok mach safe date all small ey hab nix gemacht du weißt du weißt schon dass ich angepisst bin deswegen schlag mich lieber nicht dann schlag ich dich während des letztes auch noch eine mach doch immer halt small tue ich so ja beweise wo du mich jedes Mal stehst und Alex ja finde ich auch ja gib ihn ey ey du kannst ihn von hinten angreifen ich das ist besser so danach mach ich so so ok das grüne muss langsam ein bisschen weg mach enter enter bitteschön bitteschön wir sehen uns gleich wieder ich bin tot ich liebe ich wusste es BAM speichern speichern tschüss so leute Gottam hat sich die ganze Zeit kaputt gelacht ja ok es geht weiter und er wollte unbedingt safe set sein Haus ja zum dritten mal komm hier jetzt komm hier jetzt komm hier jetzt seine Regeln ja komm ich bin nicht ah da einfach so nein kein safe set diesmal immer diese hier bitte bitte ich hoffe ich verliere bitte ich verliere also ich sag er wollte die ganze Zeit nicht wie ich ich würde es auch so schaffen aber naja endlich halleluja danke lieber Gott es ist doch nicht durch Leute es ist sogar noch schwieriger Leute willst du mich verarschen? nene 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 zieh 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 jetzt hier um dein Leben es wird noch schwieriger Leute schwer auf alles wisst ihr wie schwierig das ist wisst ihr guck mal bitte oh mein Gott oh mein Gott du hast mir diesmal geglaubt kein Problem Leute ich kenn das hier so gut wie ausländisch ich will die Worte wie gesagt Leute ich kenn das schon fast ausländisch also müsst ihr euch müsst ihr euch keine Sorgen machen ihr müsst euch keine Sorgen machen ich liebe dich mach das nicht ey Gott hör auf zu klatschen halt die Fresse äh 30 Millionen wir haben wir haben wir haben 30 Minuten lang daran versucht hier durchzukommen lügt doch nicht es waren 50 oder was nein es waren 10 Minuten der Eingang zu Grandline ist verarscht mich doch gleich mal ist hinter diesen Lichtern lasst uns losgehen und eine große Reise durchbrechen oder irgendwas anderes ich möchte dich all blue finden ich werde dich all blue finden ich werde die Ratenkönig ich werde die größte Schwerdmeister hey ich werde ein äh ich werde eine Grailkarte zeigen ich dachte dass wir das Verlust haben oder machen ich werde ein großer Krieger werden ein mutiger Krieger er sei ein großer ich ganz ehrlich ich wusste so alles was sie werden das weiß schon jeder jeder war auf Island weiß es und so beginnen sie ihre Reise in Grandline yeah also ja das stimmt was anderes aber egal das stimmt ich habe was anderes ja endlich ich habe alles ja was soll man das machen nein ich bin schon sauer ich boxe dich gleich kaputt hast du schon was du das jetzt machen was haben wir jetzt ein Minigames wie ein Adult wie Minigames wie verarschen warte ähm so Leute das Projekt ich muss noch was zu diesem Projekt ich muss noch was zu dem Projekt sagen ich habe gespielt ich habe gespielt ja okay sagt 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 Mathe geh mal drauf äh collection collection komm und guck mal wie ihr seht wie ihr seht wie ihr seht wie ihr seht heißt das egal das war Absicht nein klar ist klar natürlich was Absicht Hallo fachabitur so Leute wir haben wir so einiges gesammelt naja an dem Flang nur allwieders halt um die andere warte warte zeig die anderen auch noch ok ich wollte zu jedem was sagen aber komm darf ich zu jedem was er zeigt so ich hier müssen wir die Engel Boss Gegner wir sollten die Zwischengegner noch einmal gegen die noch einmal kämpfen damit wir den Flang bekommen das sind die wieder gegen Smoker oder gegen Captain Black und so weiter und all die das haben wir ja schon so da finden die anderen das hier ist einfach nur eine kleine Sammlung ja hier die Techniken so schwer sah ja ich dachte ich dachte du würdest du jedem was sagen ja wenn ich mal wüsste was als Arlongs komm wir machen so eine Collection das ist Arlong komm das ist Smoker Spike das kennt ihr von Arlong das kennt ihr es ja von Anime das sind seine Zähne von Arlong das ist die Teufelsbrot die Baggy ja verstuckt hat wegen Shanks das ist Okta und sein Fazio Zoro Zoro transportiert hat dass die Schnecke die von Mr. Kettenratte Kettenratte das ist das war die Lollipop was sie in amerikanischen Fernsehen zensiert haben sozusagen ist doch so er hat statt eine Zigarette ein Lollipop ja ich wusste es gar nicht natürlich also wieso haben sie wie sagen die Japan dann warum hat er denn eine eine Zigarette in Japan ja weil das ist die originale sind die Amerikaner zensiert sozusagen wieso weil es unanständlich ist wie sieht das aus wenn ein Lollipop im Mund hat ist so aber das wurde sowieso gecuttet also das geht nicht mehr weiter dahin naja ok Captain Blacks Clown halt wer ist nochmal Jacko Jacko Schackrams die Gasmaske von Don Quake Barathees und Sanchi Essen und das ist das Schiff weiter und hier ist Lysos Waffen und hier ist die Karte für die Grand 9 die Karte für die Grand 9 Kalibon Al Liga die Starte von Captain Morgan und dann noch das Schweißarmband oder so ja oder keine Ahnung zurück ja minigames gucken wir mal an das hat nicht nichts besonderes wirklich das ist eigentlich also diese minigames sind eigentlich nur dazu da was ich in den nach dem Boss Gegner ähm hier du weißt du auch wo ich mal dein Leben bekommen habe wo ich die alle auch so die Gegner besiegen musste und das ist hier so als Winigame und so ok mach weg dann ok zu dem Projekt was gehen wir von Punkt 1 bis 10 ich mach so so ähm naja ich sage was sagst du erstmal ich sage ähm vom Spiel ähm Spiel also Musiker werde ich so 6 geben 6 von 10 und von Gameplay her würde ich schlecht geben also äh 4 von 10 weil das gefällt mir echt nicht naja ein Captain Smoker auf hart das ist beknackt ohne Safe State ohne Safe State also ich finde den Song also die Musik halt ich würde dafür 7 bis 10 geben weil halt dann halt nicht davor die müssen ja auch die schauen 7 von 10 ok er hat einen mehr gegeben weiter von der ich sag mal Story her ist ja ist ja alles übernommen worden 7 auch von 7 bis 10 danach was mir eigentlich nicht gefällt ist halt die einzelnen Level wie es aufgebaut wurde ohne Karte unstrukturiert aber die zwischen Sequenzen solche halt wo ich gegen Rasse kämpfen musste das war in Ordnung naja aber trotzdem 5 bis 10 5 bis 10 dann die Animation 6 Animation Animation war eigentlich zuletzt nur als man das gesehen hat aber ja ich meine so allgemein hier ja okay und dann gesamt würde ich halt hier 6 von 10 Gesamte ja okay das war unser Projekt zusammen Let's Play Together sehr viel Spaß sehr viel Action sehr viel Geweine und Geheule ähm nur dein Geheule ja okay mein Geheule und deine ähm was hast du noch gesagt du hast noch mal so das ist ein Wiederholen ich liebe dich ich bin ich okay wir sehen uns das nächste Mal wenn ja Let's Play Together wieder machen 5 Jahre 5 Jahre später oder nie ok tschüss